Ich dachte, ich wollte eigentlich bei euch mit rüber hauschen. Habe es ein bisschen verbraten. Ah, sieh sie halt. Einmal noch, warte mal. Shukui macht mit dem Zug, Leute. Aber wenn ich mal überlegs finde, was die jetzt bei Black Ops 3 mit dem Winter... Mit dem Wintermaps... Äh, Hammer, was die da gemacht haben. Die eine Korte ist der absolute Wahnsinn. Die kommt, denke ich mal, erst morgen. Dann kannst du die nicht zocken. Was denn? Ja. Aber, 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 halt. Als einiges am Start. Am Start. Ja. Ach, du die scheiß Armbrust, die die nicht haben, die ist für ein Arsch. Ne. Du, du mal die Runde. Ich hab' jeder schon gehabt. Ich nicht. Nimm die jetzt schon. Na doch nicht. Nimm mich drüber. Habe ich nicht genau. Habe ich nicht genau. Saving yourself. Doch. Nun, wann kommt denn dieser schwule Weihnachten? Ja. Oh, hier ist ein Schild hochgekommen. Haha. Naja. Schau am Start. Oh, ho, 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 ho. Ich kann's... Das sieht aus, ob du noch runter kannst, Ray. Guck mal hier. Hier unter der Brücke durch. Hier, was? Ja. Ach, du, küsst. Tja, 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 tja. Bisterweise Juggern, äh erstmal später nachladen würde eigentlich echt gut, Leute, oder? das ist ja geil hatte ich immer punkte das survival 10 runde 1 das ist das survival 10 runde 1 runter ach das zählt runter ja sie ist jetzt müssen wir es auch mal schaffen hier oder feindlich er sieht doch gerne ja aber wieso ich weiß nicht ich hole mir erstmal die dinge sind die ist eigentlich am besten die g3 die g3 ist nicht schlecht ne was willst du mit dem scheiß schrot da machst du keine punkte mit das dauert ewig ach quatsch rattern musste rattern musste er muss erinnert die kiste hinten mann oder da war ich die kiste hinten machen wir noch die öffnen das gefühlt sich aber ich hatte von ewig er kann koha ich bin ein tombo ich weiß ja nicht wenn alle hier hinten bleiben ob das zu krass wird aber ihr kannst du wenigstens noch mal muni gönnen ja das war ein scroller dicker hab ich gerade gemacht er krabbelte noch er zappelte der russ in der warte gut bin ich alleine hier hinten ist runde sieben kommt aber oft ein drop oder oder die barretta ist aber auch übelstark oder die habe ich auch nicht ja 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 Ah, schade! Naja, es läuft ja schon ein bisschen besser, ne? Naja, man munkelt. Naja, du hast ja was, dann ist ja wohl schnell vorbei. Ja, ein Fehler, dann ist ja so vorbei. Aber in der nächsten Runde ist noch mal einer am Leben, oder? Ey, wir haben jetzt alle schon relativ... Scheiße! Oh, das war knapp. Ey, wir klauen hier noch Punkte, die Geier, Alter. Ey, klar, wenn der nicht los ist. Ich los hier! Ich los hier! Ja, wait, wollen wir denn mal wirklich mal in einem... Ja, so dass wir uns wenigstens Juggernaut... Götten! Ja, wir werden den nächsten Atom holen, versuchen wir mal nicht zu nehmen. Ich weiß es nicht, ne? Ja, wird schwierig. Ja, du weißt ja auch nicht, wann die kommt, ja. Ja. Das Problem, wenn du siehst, willst du noch reinspringen. Ja, ich warte, ich gucke mal erst, was es ist. Nee. Das wird nicht beherrschen, Junge. Nee, der wird unbedingt schon, ja. Kann nur positiv sein. Kann nur positiv sein. Oh, das ist ja jetzt zum Beispiel wie wir eine Atom-Nugand aus. Ja, jetzt, ja. Da ist irgendwie Muni. Ja. Warte mal, ich muss erst mal die Muni zu holen, Alter. Warte mal, ich muss erst mal die Muni zu holen, Alter. Amo-Nation. Warte mal, hier ist... Jawohl. Oh, schade. Oh, ne, jetzt, die hab ich auch, ey, weil ich hier weggehe. Nee, das mag ich fliegen, Alter. Oh, mach doch, Mann. Ah, kann ich sein, bisschen mehr am Leben. Nee. Haha, ich lebe. Ich hab jetzt sieben Scheine, Alter. Ja, es ist zu spät, jetzt, es ist zu spät. Warum, du hast da immer noch einen Sinn? Hallo, da kommt doch keiner, wenn die A-O-Matter sind. Ja, dann komm, los, los. Oh. Los. Los, weil Jugger noch drin. Dann komm mal die Kiste da füllen. Die Granaten, jo. Kommt, Radier, Muni! Brauch ich zwar nicht, aber... Ich bin hier Opfer für euch. Normalerweise nicht. Nee, aber schlecht. Stevie, was war los? Ich muss nachladen, Digga, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss uns abwechseln am besten. Schießt du erst leer. Ich leide nach, ich leide nach, ich leide nach. Du musst doch mal sagen, wenn er nachlädst. Warte mal, das ist der letzte, das war nicht. Warte mal. Ah, scheiße. Wo bin ich? Äh, doch. Jetzt geht's. Jugga, äh, doch. Ey, jetzt aber am besten ein bisschen kontrolliert schießen, ne? Das hier? Ich würde auch gerne... Ich würde auch gerne... Ich würde auch gerne... Ja, jetzt zu spät. Harte, ich muss nachleihen, Dicker. Ich muss nachleihen. Ich freue mich. Das ist's. Ach, du schoöööön. Oh nein. Alter, die rennt trotzdem noch weiter. Keine Fitna. Ja man, das ist das Problem, aber... Komm, du musst sie wieder beleben. Ich will gleich zu Juggernaut. Ey, mach Ditzes. Ey, ich train jetzt meine hier erstmal, ich schieße jetzt keinen ab, ok? Ist die andere Tür da schon offen? Ne, ne. Ist die andere Tür da schon offen? Ne, ne. Stoner 63. Ey, Leute. Aber eine Klasse ist ja auch nochmal. Stoner 63 ist ja richtig. Die ist gut. Mini-Uzi, jawoll. Sieht nicht. Sieht nicht. Sieht nicht. Sieht nicht. Ach, Alter, du machst ja richtig schon. Daumen. Nache. Nache. Mh... Ich bin schon wieder über die Akkere Lüge. Ey wir müssen jetzt diesen scheiß, scheiß Raum aufmachen, Alter. Reicht noch nicht ganz, ne? Aber wenn wir so bleiben, geht's noch ein bisschen. Sind nicht so viele. Naja. Naja, wir müssen uns ein bisschen aufteilen, ne? Ja. Ich muss schneller nachladen, unbedingt, alter. Ich bräuchte auch alles. WTB. Schnellere Ränder am liebsten. E-Wall. Hey, Stevie, das ist scheiße. Darfst du nicht... Ah. Ey, das ist, äh... Die Akademie war, die war stark, alter. Weil ich schneller nachladen. Die war richtig stark. Ja, ich brauche aber so viel Kohle, dass ich mir gleich so schneller nachladen holen kann, am besten. Hat schon auch wieder fünf Scheine, ne? Oh, nee, ne? Hatte jetzt ein Scroller. Aber alle sind so nah dran. Ah, scheiße. Naja, dann müssen wir noch eine Runde machen. Oder warte mal, vielleicht noch mal eine Kiste, vielleicht versuchen wir noch mal das Glück. Ich hab Zwiebretter eigentlich scheiß drauf. Ach, scheiß drauf, komm. Was ist das jetzt? Das war doch gerade eine Tür hier auf. Ja, guck mal, das ist jetzt die Weile, das ist jetzt irgendwie noch da. Guck mal, da ist ja jetzt irgendwie keiner mehr dran. Oh, die steht runter hier. Ja, du kannst jetzt hier runter, Dicker. Was ich gesagt habe. Ich geh da mal runter, ja? Oh, ich hänge. Nein, ich sterbe. Alter, hier gibt's einen Haufen Perks, Alter. Boah. Seitdem er da ist. Ja, ja. Alter. Ja, ich bin jetzt abgehauen. Ich bin hier runtergerutscht. Tschüss. Ja. Wett ruf. Ist alle gestorben jetzt hier, Wilma? Ja. Wo geht's hier runter? Ach, hier. Äh, nee, lebt mal da oben, lebt mal da oben. Ihr müsst die Kiste noch füllen, nicht runtergehen. Alter, du kommst hier nicht mehr hoch. Du kommst hier nicht mehr hoch. Alter, ich kann hier nicht loben. Hier kommen viel zu viele. Hilfe. Ich hätte da nicht runtergehen dürfen. Hier müsst ihr die Kiste hinten füllen. Nützt nix. Ich muss auf jeden Fall innen nehmen lassen, Stiebe. Na, warte. Ich kann ja bei mir juten die trainen und dann müsst ihr da oben. Oder machst du dann Krabbelring zu oben? Ja, ich kann nur hier mit denen laufen. Ich hab hier noch Platz. Ach so, wo ist es denn? Ja, ja, ist richtig Platz. Aber dann kommst du hier nicht mehr hoch. Ja, weil ich nicht mehr hochkomme, weil hier ein Tor ist. Das geht aber, denke ich mal, erst auf. Wenn wir die Kisten... Wenn ihr die Kisten oben gefüllt habt, ja. So viel wie ich mach hier über euch einen Nachnamen auf. Ihr müsst die Kiste... Dann füllen wir die, äh... die AK... die ist richtig stark. Ich bleib allein hier hinten. Ja, Stiebe, du läufst hier auf vorne. Ja, dann kommen hier viel zu viele. Hier hinten ist Packet Punch. Hier ist auch nochmal eine Kiste, die gefüllt werden muss. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Verlust kann ich ja hier rüber. Ah, ich hätte da nicht gleich runterstürmen sollen, wie ein Annihackter. Äh, soll ich töten das? Ne, warte, warte, ich will auch mal eine Kiste. Ach so, ja. Saft. Oh, die ist stark, aber ich war auch noch einen schönen Schrupp hinterher. Ja, vielleicht die Winches. Hier liegt irgendwas an mir Büch. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ach, Dicker! Ich hab nochmal fünf Runden überleben. Wir bauen die Lok zusammen. Ich hab grad das Teil von der Lok gefunden. Wir bauen den Zoo wieder zusammen. Locki, Locki, ne? Steht dort. Ich hab auch zwei Teile. Ich hab auch eins. Ich hab hier gelegt. Hast du jetzt oben links so ne Lokomotiven? Ja, ja. Das war so ein Königskrone Lokomotiven, war das, ja. Ich hab den Hänger gehabt, wo er drauf stand. Ich hab jetzt drei Stückchen, eine Gange davon. Ich hab erst eins. So sagen wir auf vier. Soll ich töten was? Ja, ja, kannst du. Kannst du machen. Ich geh in der Trailer-Tür wieder in die Tür. Fünf Dach und ein Rund. Ja, jetzt ist nochmal fünf Runden, die wir überleben müssen. Dann geb ich schon doch die hier unten auf. Pass mal auf, wo ich bin. Wir einfach mal so weg jetzt mit einem Sprich. Vier Runden. Warum hat man das jetzt die Prüche? Ich will mal reden. Ich? Ja, was? Na, du bist dann einfach weg. So mit einem Satz. Ja, ich... Blinkt das bei mir zusammen? Nee, ich war auch gerade ein bisschen. Ich hab mich grad zurückgelehnt. Ich wundere, wenn ich schon mal nachfrage, aber... Ist das jetzt immer noch so? Nee, jetzt ist es doch gut eigentlich, oder? Wenn ich jetzt so... Das nur ab und zu. Immer wenn es so eine Frage ist oder so, dann ist das irgendwie immer so. Hab ich das jetzt richtig. Ach so. Ich hab's gehen. Ich hab's nicht schneller nachgelacht. Alter, ich will mir erst mal schneller rennen gleich. Ah, kann ich mir jetzt schon holen? Ich bin gut. Ich hab's überlobt. Alles klar. Und wieder rum. Ich will in der Ecke. Ach so, die Dose da hinten jetzt? Ja. Die Büchse. Die Büchse von Pandora. Ja, bei... Pandora. Dann schau ich wieder ab. Ich hab ne Nuke. Ne Nuke bringt nix, oder? Soll ich sie nehmen? Soll ich sie nicht nehmen? Nee, hier ist nix. Spawn die, wo ist sie unten bei mir oder was? Osi, wie kommst du mit deinem bitte? Was? Mit deinen Zombies bitte her. Was? Mit deinen Zombies bitte herkommen. Oh, ich bin gerade am Nachmittag. Ich bin weg. Warte, ich renn wieder rum mit denen. Kommt ja nix mehr. Das war's, das laufs. Dann hab ich hier unten jetzt noch. Ich hab drei Stück jetzt hier noch. Alter, dann schnell mal. Schnell mal nach. Soll ich töten das, oder? Warte mal, Ziel, guck mal, hier ist noch noch. In der Tür. Geht nicht. Geht bestimmt erst nach die vier rum los. Wo ist mir noch eine, das war's, ja? Ja, ja. Ich hab getötet, ja. Also geht weiter. Ich hab getötet? Ich hab getötet. Ich hab getötet. Ich hab' mit. Ich hab' mit. Komm du, ich hab' mit. Komm du, ich hab' mit. Dann brauch ich mal. Oh Gott. Schmühlt, süß, der Ding da. Das wäre gefährlich hier unten. Oh, das ist alles Eis, ey. Ah, na. Na? Wie kommt die Sonja? Achso, ich sammelte sie gerade. Oh, da ist ein Insta, warte mal, da komme ich jetzt ran. Warte, hole ich, mach ganz ruhig. Mach ganz ruhig, warte, warte. Nimm's, nimm's. Ja, ich musste erst mal rankommen, das ist alles eisig. Ich rutsche hier. Eisig. Oh, scheiße. Das Ding hier drin, ne? Oh. Achso, Piesse. Oh, ja, noch mal ein Dräger. Ganz schön. Ich brauche mir nicht die AK. So, komm hier. Oh, jetzt rennen die alle zu dir. Komm doch mal hier runter, bitte. Ach, Mann, Alter. Ach, Mann, Alter. Viel zu viele. Ich kann nicht mal Dräger leisten, Alter. Weil ich hier... Nein, kacka. Na, weil hier kommt nichts. Jetzt muss ich von mir laufen. Warte mal. Oh. 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 Ich würde gerne mal schneller nachladen, ihr habt, Alter. Es gibt hinten nicht, Alter. Nee. Oh, Schengel, Schengel, Schengel. Nein, Schengel nicht. Na. Da gibt's einen Haufen Waffen, aber. Nein. Ach so, den war hinten dann noch. Ah, nur Muni. Nein. Nein. Komm hier. Fahrreich. Da von hinten? Nein, eigentlich nicht. Von hinten dann die Schulter. Das hebt die Stimme. Ich glaube, wenn ich mich hier hinten hinstelle, es bohren die nur bei euch da oben anscheinend. Nein, ich hänge... Nein, nicht durch. Mann, ey. Mann, das ist voll ein Scheißgier, Alter. Ich renne auch gleich noch. Na, ich bin mehr Ruhe, Alter. Ey, aber wenn wir die Kiste nicht voll haben, kommen wir so nicht weiter. Dann können wir ausmachen. Ja, kann man was machen. Naja, ich komm da nicht mehr hoch. Ich hätte es ja gemacht, sonst... Man ist ja runter. Aber viel zu viel. Da kann ich mal arbeiten. Ich habe nicht mehr. Ich bin echt noch mal präubierende Kiste oben! Drei vor dem Dich. Wegen mal die Scheiße, ich will das! Hoppe, hinter dir hinter dir! Hinter dir! Gibst du noch? Nee! Ha ha ha! Schwierig, Alter. Kannst nix machen hier. Mal gucken, wo Danny ist. Naja, ich hätte ja nicht runter rennen sollen. Hätte man erstmal die Kiste umgefüllt. Ich muss jetzt wenigstens warten, bis Stevie tot ist. Ich denk mal, ich werde bestimmt auch alle hier unten sporen, oder? Ich hoffe. Wäre scheiße, wir müssen die Kiste voll machen. Oh, Mann. Ich hab ja eigentlich gedacht, ich hab... Ach du Scheiße. Da kommen richtig viele. Da kannst du schneller rennen. Ja, hab ich hier unten geholt. Wie das hakt, oder? Nee, das ist Eis hier unten. Das Eis ist so. Wenn's hier auf'n Eis, so rutscht hier wo's hin und her. Eis, Eis, Eis. Baby. Da gibt's ja ne Uhr im Pool. Ja. Äh, die verläuft der alle. Äh, die verläuft der alle. Äh... Ja. 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 Oh, das ist so toll. Ja. Oh, das ist so toll. Ich habe noch einen Schliff hier. Alter, Fenster. Ich rutsche hier nur hin und her, Alter. Ich rutsche hier nur hin und her, Alter. Geht gleich weiter, ja? Also, aufpassen. Geht gleich weiter, ja? Also, aufpassen. Ich bin jetzt oben. Ich bin einfach im schwarzen Raum. Ja, nice. Ist ja egal. Ich hätte mich von Schlieb einbogen. I got this. Ja, wo bin ich? Ja, aber toll. Hier unten ist es nicht aufgegangen. Was? Was sei denn? Bist du auf der Karte hier zu sehen? Oder kannst du da aufrennen? Ich bin hier irgendwo... Gar nichts. Einfach eine schwarze Wand von mir. Ich sehe den Pfeil ruhig auch nicht. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter. Alter. Ah ja, dann spieg mal. Aber dann drehe ich mich auch. Ich brauche mich jetzt auf jeden Fall. So ne. Dann werde ich ihn weggeben. Okay. So ein Scheiß, Alter. So ein Scheiß, Alter. Was bist du? Oh. Da bist du doch. Na ja, es hat immer richtig Dauer gestorben. Aber wenn ich hier unten keinen töte und die nur traine, dann dürfen bei euch oben eigentlich nicht so viele sparen, weißt du? Soll ich das mal machen? Dass ich immer muss stückchenweise töte? Ja, das mache ich. Ich traine die jetzt hier in der ganze Zeit. Umso weniger kommen wir euch oben, weißt du? Dann kriegt ihr Fleisch in die Kiste voll zu machen. Oh, G3 regelt das jetzt hier. Na dann mach Attacke, Digga. Oh ja, die Punkte rattern, Junge. Ding, 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 ding. Die Kiste voll? Nein, das war's. Nein, kommst du lang. Kommst du lang? Wann kommst du nicht lang? Ach Mann, Alter. Das ist so kacke in die ganzen Steinen hier und so, Alter. Wie ist es nicht wohl lang drin, wie das hier euch ist? Hey. Aber wie ist die Kiste voll, wie viel ist? Alter, das bringe ich schon mal, äh, als Beinheit. Das ist schon mal. Ja, du kommst. Ich bin nicht lang drin, Alter. Ich hab da schon wirklich drinnen, wo komm ich. Scheiße, das war's. Nein, doch nicht. Ich kann nicht mal rauchen, das ist Fersi, Leute. Du hast ja Probleme. Ich schieße hier keinen ab, wir können uns überleben. Ich renne nur im Kreis. Ich auch. Achso, du tötest nicht was? Doch. Die Kiste kriegst du nicht vorher, ne, Stevie? Alter, wie viele müssen denn hier rennen? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Er ist die letzte, das wird schon ein bisschen sein, ja. Also die vorletzte. Geil! Ich brauche die Position und rein Westen zu halten. Was war das? Toll, wollte ich die Kiste hin. Achso. Bye, bye. Ich glaube hier unten war ein Kistenspot bei mir. Ja, 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 ja. Ja, nicht zu mir gekommen. Schlecht. Das ist ja schlecht. Ja, was ist denn das für ein Schwachsinn, Alter? Na, eh, die letzte Runde hier, die wir überleben müssen. Dann passiert noch irgendwas. Achso, meinst du? Ja, klar. Ja. Ja, klar. Stimmt ja. Die Tür auf, ey. Oh, was? Schneller rennen. Ne, das mit Tipps sind. Töö, ich brauche besser. Hast du noch Zombies bei dir oben hast? Ne. Ich hab gerade nicht. Oh, dann ist vielleicht wieder etwas geworden. Oh, dann ist vielleicht wieder etwas geworden. Oh, was ist denn das geiles, Alter? Ja, die ist auch gut. Ray, geht gleich weiter, ja? Ne, ja. Stevie, kommt noch welche oben? Ne, also hab ich. Oh, Ray ist hier unten nicht spawnt. Nice. Na, super. Ja, toll. Ja, auch nicht. Kommt hier oben bestimmt nicht zufrieden. Ja, das Tor ist offen. Ja, die Tür ist auch offen. Ah, ich kann jetzt runterkommen. Man kann doch wohl noch hochkommen. Ey, könnt hochkommen. Sehe ich gerade. Ja, ja, ja. Ich will jetzt mal die Kiste hier vorne voll machen. Ach, hier geht's auch nicht lang. Danny, du guck schwein, ich guck hinten. Die sind selben Weg wie du in einem Sturm. Hast du heute, Danny? Ich traine hier vorne, Dicke, okay? Mach du da hinten ganz in Ruhe. Ich bring den immer Mob mit, okay? Ja, warten. Ja, ich könnte mal ins Sprinten, klar. Ach du Scheiße. Warte, 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 ich komm jetzt zu begehen. Ja, ich halt schon mal so ein bisschen. So, ja, ja. Ich muss nachleihen. Ach du. Oh, ich hänge, ich hänge, ich hänge. Das ist auch wie ein Schild. Ach, da, ja. Alles cool bei dir? Nee. Warte, 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 warte. Ja, ja, ich renne, ich renne, ich renne. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Nicht sterben. Ach gut. Ich, äh, punch jetzt mal was. Warte, warte, warte. Jetzt kannst du kommen. Oder, warte. Warte, 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 ja. Mach einfach, mach einfach, komm, mach. Das ist ein Insta. Die Kiste ist voll. Warte mal, warte mal, lass einen nehmen, dass ich mal nix mit dem Jagger kommen kann und so ein Scheiß. Ja. Oh, hier ist Double Points. Was? Das wird jetzt dein Leben. Das wird jetzt dein Leben. Naja, ich hab geheben. Ja, warte, ich train hier erstmal. Ich train hier erstmal. Probier mal einen Crawler zu machen. Warte, dann. Nee, jetzt Insta vorbei ist, ja. Ach du Scheiße. Die Kiste ist vor unten, habe ich die Aussprung noch. Ja, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Wie geht denn der aus, Alter? Hast du den Kamel? Nee, hörte. Ich hab den Unterträger noch. Ja, jetzt hab ich einen Aussprung. Warte, ich komm jetzt zu dir. Mit dem Mob, okay. Nein, ich hab nur ihn. Ich hab nur ihn. Ich hab nur ihn. Nee, ich komm jetzt zu dir hin mit dem Mob. Nein. Nein. Ja. Geht hier. Ach, ich brauch nur den, die PS-Taste hier zu kreieren. Warte. Das wird man ja dann wohl auch ein. Oh, ich hab hier einen Train. Oh, dicker, die scoren noch. Ja, ja. Oh, hier kommen noch einige. Ja. Ich bin weg. Oh, nein. Nein, 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 nein. Alter. Warte, aber nur noch ne Kiste, oder? Ja, 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 ja. Schon voll? Ja, haben wir. Das war gegen. Oh, schnell, Alter. Ja, deswegen. Guck mal, dass du auf mich hochkommst. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nur ne Kiste zuhören. Da könnt ihr hoch. Ja. Guck mal gleich. Boah, die UNP ist ja mal richtig stark, Alter. Ja. Warte mal, dicker. Hier können wir hoch aus. Ja, dann kommt er bei den schnelleren. Ach, hier. G36, oder? G36, oder? Das ist schneller, äh, das Double-Tap. Ach, scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ein Pirk-Limit ist. Ah. Das war jetzt doof, was ich gemacht habe. Ist ein Pirk-Limit, oder? Wiss ich nicht. Hast noch den Jugga? Doch. Ich wollte aber schneller nachladen haben. Wo war'n das? Hier vorne, bei der AK. Ja, da war's doch gerade richtig, Danny. Wollte aber schneller nachladen haben. Da oben die Ecke. Echt? Wo? Na, links. Ach, da. Nee, hast kein Pirk-Limit, geil, Alter. Alter, voll klatschen mit alles. Ja. Ah, hier ist auch ne Kiste, ja. Ach so. Ah. Ey, warte schon mal, Double-Tap. Ey, das schaffen wir auch nicht, Alter. Das war zu eng, Alter. Äh. Double-Tap von hier. Ja. Aber wenn man sich hier hinstellt, ja, die könnten ja, dürften eigentlich nur von vorne kommen, oder? Hm. Halt mal nach Geschenken. Ja, ich denke mal, ohne die Kiste wird nichts passieren, ja. So. Special-Ord-Trailers. Ja. Collected Soul-Force Gmbian. Find Key. Muss ja nur ein Schlüssel werden. Ach, ein Schlüssel sollen wir auch noch finden. Ja. Aber steht irgendwo drinnen auf dem Tisch. Ah, hier geht's runter. Ja, lass uns. Ach, hier geht's runter. Aha. Wo geht's nach vorne? Meine Waffe hier runter? Wo geht's hier runter? Ach so. Na, das war das, wo ich runtergegangen bin. Ah, ah, ach so. Okay, okay, okay. Hier ist auch noch eine Waffe. Boah, das gibt's nie, Dickes, Alter. M4A1. Was ist denn das, Alter? Wow. Ja, wie machen wir das jetzt, ja? Wir könnten... Wir könnten höchstens eins machen. Ich traine wieder unten. Und... Und... Dann könnte man ja zur Not mal ins Mop mal hochkommen. Aber ich weiß es nicht. Das ist ja nicht in der Engheit, Alter, ja. Ich hab Angst. Wir sind gerade übelst weit, Alter, ja. Wir könnten nur bei der Kiste irgendwie sonst noch viel rennen. Wir könnten ja nur... Nur so ein bisschen... Ich hab schneller nachladen. Aber ich auch. Ich hab auch drei Waffen. Also so ist es nicht. Ne, wäre ja gut, wenn er unten bleiben würde, weil... Dann bleib ich unten. Und... Wo ist die, wie? Wo ist die, wie? So, ich schau mir jetzt Jogger und... Äh, eine... Wir gehst jetzt da weg. Was war Jogger? Ja. 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 Komm, ihr habt Gefülle. Ja, das ist Jogger. Also ich werde jetzt keinen töten hier unten, okay? Schau mal. Ich werde versuchen nur... Nur zu rennen. Okay, Ray? Ja, ja. Ja, die halten auch eben fest hier, Alter. Ja, ja. Also ich töte nicht. Wenn ich jetzt nicht töte, dann dürften eigentlich nur bei euch da oben... Ja. Ich hab hier... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ja, ich hab hier... Wie läuft bei dir aus? Kann man da langrennen? Ja. 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 Also, hinter dir. Ey, kann ja auch nicht mehr, Philipp, komm hier. Also, hinter dir kommen die immer von oben. Ja, hör schon. Bleib jetzt hier stehen, Alter. Ey, bin doch mal voll blöde Sau. Ja, das ist die letzte... die letzte... Oh, letzte Kiste, äh... Oh, die unten haben wir eben schnell vollgekriegt, Ray. Rinn gehalten, Junge. Die sind schon von Anfang an da. Ja, die haben wir auch nie richtig gefüllt, oder? Ja, die filmen wir schon seit 15 Runden. Gefühlt, ja. Ja, weil die mal wieder zugeht. Wissen wir, ob der einen wieder neu anfangen muss? Ich glaube, ja. Oh. Ja. Also, ich könnte jetzt hochkommen mit dem richtigen Arsch voll, Alter, ja? Ja. Aber... Ne, wartet mal. Macht erstmal, bis wir euch keine mehr spawnen, dann komm ich mit dem Mob hoch. Ja, ja, ja. Ich laufe wieder. Ein bisschen sammeln hier. Ja, ich hab drei gepanschte Waffen, Alter. Richtig geil. Ja, nur zwei. Na gut, ich komm wieder hoch. Hm. Wärts mal ein paar umbringen, bitte? Ich könnte mit dem ganzen mal hochkommen. Warte mal. Nee, nicht geläumt. Wir haben nur hier wohl alle. Wir bringen einfach ein paar um. Ich komm's vorne hier wohl und neul. Hier hab ich nicht ein paar. Jetzt so. Okay, ne Ahnung. Scheiße. Ich hab ein paar getötet. Ja, die spawnen ja hier unten bloß noch. Ich hab die ehren hier oben noch. Eben, ich komm mal. Habt ihr hört? Wenn ich jetzt hier töte, kommen die nur, äh, spawnen die bei mir hier unten. Die spawnen ja. Haben wir grad eh noch. Das reicht ja jetzt hier, das ist ja schön. Wie viel habt ihr? Nee, geht nicht mehr. Nee, die spawnen bei mir hier unten. Aber dann mal hier, komm noch. Hier, komm noch. Hier, komm noch. Hier, komm noch. Komm mit, Junge. Komm mit. Komm rein weg. Jetzt hört man sich, Junge. Ich hab nie gefühlt, Alter. Ich geh, komm mal da. Ich geh, komm mal da. Ich geh, komm mal da. Ich geh, komm mal tot. Ich hab auch drei Waffen. Ja, geh mal hoch. Versuchen wir es einfach. Rutschen runter. Ich muss in meine Kiste. Genau. Aber du musst aufpassen. Ja, ich warte, bis du hier raus bist. Ja, warte, warte, warte. Warte. Ja, die kommen alle hinterher. Ich hör die. Die unter mir. Ach nee, die kommen hier auch hoch. Ich kann nicht runterrutschen. Ja, lass uns die scheiß Kiste haben. Komm alle da hoch. Beim runterrutschen. Wenn ich jetzt runterrenne, kommen die wieder rein. Ja, ja, komm hier rinnen. Ja, ja, komm hier rinnen. Ja, bleib einfach hier. Ja, schau da mal rinnen mit deinem E-Pack. Ja, ja, ja. Na, warte, komm gleich nochmal. Na, warte, komm gleich nochmal. Siehst du, der wird das nicht zur Fülle werden. Ja, blöd blöd blöd. Ja, ne, 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 ne. Warte, komm gleich nochmal. Warte, nicht den Juk nehmen, nicht den Juk nehmen. Müsst doch fast voll sein, oder? Ja, so ist das gut. Lass die kommen, Alter. Die machen wir jetzt alle platt. Komm rein hier, komm. Schnell noch, schneller, schneller. Ah, ich hätte mir mal Dr. Nito holen sollen. Da unten gibt es THP, Alter. Wie eine Granaten. Ah, hinter mir. Ah, jawohl. Jetzt so. Warte, Ray, war so ein Squaller? Ich war jetzt mal eine Granate da hinten. Ich war auch. Vier Granaten. Ich bin weg. Ja, was müssen wir jetzt mal machen? Sollen wir mal in die Tafel da gucken? Oh, Stevie. Warte, ich versuche mal ein Squaller. Warte, warte. Ja, wir haben einen Squaller. Die sind dollisch schnell. Oh, hier ist ein Teddybär. Müssen wir an den Dings, der leistet. Müssen wir auch noch Seelen füllen. Was? Geht da dran. Ein Teddybär. Geht da an der Tafel. Warte, Stevie, die Squaller kommt zu dir. Warte, warte, komm. Hammer. Feind Kate. Geht's hoch. Schlüssel müssen wir auch füllen. Hab ich. Hast du schon? Ja. Was? Bring the... Bring the... Bring the Teddybär in your... Bring life. Ja, ja, jetzt müssen wir da ein Post haben. Woh denn? Na, beim Bär. Na, der ist ja weg. Ist ja weg. Ja, bring living to the Bär oder so. Ich konnte ihn aber einsammeln. Zeig mal her, hier ist klar. Ach so, THP wollte ich mir holen, Alter. Kiste, Kiste, Kiste. Ja. Warte mal, müssen wir mal gucken. Die ist geil, die Map. Was ist denn da hinten? Das ist doch eine Tür. Oh, naja, wir müssen mit dem Zug abhauen, ja. Hier, ich hab was gefunden. Hier kannst du irgendwas anbauen. Oh, ne Kommando, geil. Dicker, du kannst den Zug hier anbauen. Mach ich ja gerade. Ich auch. Wo denn? Na, es fehlt noch was, oder? Nee. Ich kann hier alle. Die Lok fehlt noch. Ach so, du hast ein paar mehr Teile. Oh, episch. Oh, guck mal, da fährt er. Hier fährt er hinter uns. Ja. Ist ja geil. Sprich mal drauf da. Wah. Guck mal, hier ist der Schlüssel drinne. Chris F, du gibst tot. Geht jetzt ab. Er lebt jetzt, aber nicht lange. Wieso hast du noch mal den mit Seen föhnen, was? The Giving Bear. Nicht töten, nicht töten. Kann sein. Ich gucke mal hoch, ich gucke mal hoch, was oben los ist. Ob der Zug oben ist? Ah, schau mir mal, schneller. Oh, wie viel hier noch? Oh, ich hab's da noch einen. Ja. Ja, glaube ich. Ja, eins fehlt noch. Eins müssen wir noch machen. Das ist... Warte mal. Call. Call train. And get the hell out of here. Na, das ist das Ende. Ey, wir können jetzt hier hoch, wir können raus, wir können den Zug holen. Na, du musst den Schlüssel da rausstecken. Ja. Hab ich. Jetzt ist hier auch eine Waffe. 40, 45.000. Nice. Oh, Alter, nice. Eine Mark II hab ich. Echt? Warum hast du nur eine Mark II gekriegt? Ach, bei den Bear hast du jetzt eine... Na, weil du deine Schlüssel da riecht. Gute schön, liebe Lieben. Danke schön. Ey, warte mal. Ich gucke mal hier oben die Waffe noch, Alter. Schneller nachladen, schneller rennen wir und los. Alter, geil. Ja, wir bleiben jetzt am besten. Ja, wo bleiben wir denn mal? Ich würde unten laufen. Irgendwann mal unten laufen. Ja, ich laufe runter. Und wir beide auf Platz. Ihr könnt doch da hinten beide bleiben und nicht? Dann traine ich die hier vorne. Ihr könnt doch beide hier rin hämmern, oder? Das müsste doch funktionieren, oder? Ja, guck mal. Jetzt ist hier... Äh, warte mal. Ich wollte punchen. Gibt's hier offen. Oh, nein. Ey, mach keinen Scheiß. Ich wollte noch mal punchen. Mach doch. Oh, Teddybär. Ach, seid ihr schon? Ja, komm schnell runter. 3 Millionen gehen alle aus. Ja. Ich traine hier vorne. Und da kann ich vorne rennen. Boah, wie die Kommando nach oben zieht, Alter. Boah, Medaille, der hat die Kommando. Ah, gut, ja. Sigi, hör mal hier. Ich hab die hoch. Wie die losrechte. Ich bin die verzieht. Ja, hast du da mit Tickern? Nee. Das muss man dann. Dann zieht die noch nicht hier. Äh, noch mehr, Alter. Ich brauch mal nochmal... Ah, da kannst du euch nicht hinziehen, der. Musst du anzippen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh. Das ist scheiße. Ich muss mir gucken, ich hier am besten eine Runde drehe, Alter. Durch das Eis rutscht man hier ganz schön. Alter, die ist ja richtig... Jetzt fährt er, Alter, fährt er hier oben lang. Ich fährt so knapp. Ja, hast du schon gesehen, er fährt er oben lang. Alter, Leute. Ich weiß nicht mehr, wie ich's machen soll. Mal kurz ein paar weg hin, sagst du? Boah. Ich rutsche hier übelst. Ich muss ja mal gucken. Nehm dir, Rails. Boah, ich muss ja mal gucken. Ja, ich hab... Ey, auf, wenn's geht, ja, keine Granaten drin schmeißen, ja? Die Squawler alle töten, bitte. Geht mir weg. Mach die Squawler tot, bitte. Oh, ja. Ich fährt die Kommando. Oh, die ist ja pink. Oh, die ist ja pink. Oh, no. Ey, mit dem Eis ist fies, Alter. Ach, du Scheiße. Oh, da ist ein Insta. Warte, warte, ich hole. Oh, da ist Muni. Warte. Okay. 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 Alter, leck mich am Arsch, Alter Ey, wenn ich hier draußen weiter renne Die kommen doch trotzdem ja zu euch runter, oder? Dann können sie noch Ja, dann kommen nicht ganz so viele, oder? Ja, dann können wir von da oben Schön in der Reihe Ja, dann kann ich Das ist gut, dann mach ich hier hinten Das ist gut, das ist für mich besser Ich habe mich gerade gesehen, das sah nämlich ganz cool aus Was ist denn das für eine Waffe? Ja, wir machen jetzt einfach so, wie wir jetzt weiter Einfach weiter Dann müssen wir hoch zum Zug, denke ich mal alle Eigentlich eine geile Karte, ja? Wenn die Zombies nicht so schnell sein sollen Er ist schwer Muss ich mir ehrlich sagen, ist wirklich schwer, Alter Er ist auf jeden Fall der übelste Runner, Alter Ich muss hier echt aufpassen, Alter Oh, hinter mir Ja, ich muss mir erst noch ein bisschen trainen würde an Ansammeln, sonst bringt das nicht Oh, Muni, ja Jungs Die ist geil, Alter, ja Wobei, ich habe die UMP, Alter Die heißt jetzt UMP 9000, Alter Die ist übertrieben, Alter, ja Die ist stark, oh Gibt sie hier unten noch? Ja Alter, 45.000 müssen wir hier machen, ja? Was soll ich denn das machen, Alter? Ja, ich habe schon ein Stück vor Guck mal an, ich habe erst 17, Alter, kann ich ja noch Können wir ja schon dauern, aber Ja Ja Also, die spawnen auf jeden Fall noch lang hin, Alter Können wir auch Thema haben Nee 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 Oh, Mann, es ist doch scheiße, Mann Ey, guck die jetzt Fett da einfach weiter umkreisen, Alter, um die 17 Jahre Die ist doch hier vorne Ich habe mich gerade von Zombies Ja, ich bin da Ich habe mich gerade verrannt Das ist doch noch nicht, wo die ist Ja, hier vorne Hier vorne Hier vorne Wenn die hier saß, dann ist nicht Ich gucke Hier 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 Ach, ich habe Glück gehabt Du kannst hier um die Automaten herumrennen, das heißt ja gar nicht gewusst Alter, war es gerade eng Gut, jetzt Okay, ein schneller rennen, Automaten nee um den THP ich bin irgendwie in die Ecke hier reingekommen ich dachte nein scheiße man könnte aber so rumrennen na gut 18.000 Nein, da kommen wir hier zur Fülle Nein, da kommen wir zur Fülle Oh yeah Ich komme rot für die Fülle jetzt Du hast die falsche Marine Oh, ey Dem Eis ist manchmal nicht fertig, du ey Da hast du irgendwas gedroppt? Warte mal, ich kann es noch nicht deuten Oh ja, das können wir Juti brauchen Aber das ist natürlich auch geil Ich rutsch rein Ja, du darfst nicht nach vorne rennen, Dicker Ja, ich hab grad gehabt Du darfst nicht so nah an die Zombies ranren Ja, ja Ja, ja Aber das ist doch geil Wenn ich Hedgeser habe, bin ich nur vor den noch jemanden Ja, ja Kann aber auch in der Hose gehen Kann auch daneben in der Hose Alter, was ist die Die hat über... Mal gucken, wie Schuss die hat, Alter Was ist das? Ja, die UMP, ich hab keine Ahnung, Alter 500 Echt, ja Ja, Mann Das ist extrem, Alter, ja Ich hab mir... Und ihr pimpt schon Alter, ihr... Ihr müsst euch mal Dings holen, Alter Hier, Headshot, Alter Du brauchst draufhalten, die verzieht kein Stückchen, Alter Hedgeser Ja Die bleibt echt ruhig Ich hab schon mal cool, aber die ist so stark auch Oh, 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 oh Oh, Alter Lack, 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 Lack Lacksmeermarsch Lackes 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 Jain Mit Geldseith dann zeig mal Headshot ran hier ah geil mit Laserpotsch geht weiter ja ja ich wollte nur die UMP holen ja punch die Alter, Hammer, kann ich nur empfehlen oh ich lieg mir viel ne, also wenn ihr Brunsch, wenn was so, ich zieh die Kommando hoch besser ja ja, verzieht nicht so dolle, ne nix mehr, ne, Feuer, Feuer aber war eigentlich noch nie so gewesen die Kommando war eigentlich immer ne übelst geile Waffe, alter, ja ja, ja, nö ach du scheiße, wo kommt die jetzt auf jeden Fall her ne, der Zug hier umhinter wohnt, jo ne, ach, ich glaube Solo ist die ganz schön hart, alter, oder ach, die Solo spielt, alter, alter hart, solo aber probieren tue ich das trotzdem ah, ein Solo-Bürmer okay, wir brauchen Leute, ihr habt ihr zuhörst euch gleich, ne, was ihr habt ihr alle alle unter die Ich mach mal Granaten sehen, die haben Laser dran, Alter. Was, die Granaten haben Laser dran? Ja, ja. Ja, ja. Was? Witzig. Oh, du hörst es nur. Ah, ich bin leer. Komplett leer. Bede leer. Bede leer. Man hört es nur rattern bei euch. Oh, oh. Wo ist das hier? Ach, der Tisch. Äh... Warte, warte, ich hab die Motu, warte. Soll ich machen? Ja, warte. Was ist denn jetzt so? Jetzt kannst du. Wie? Wie noch mit ihm? Oh nein, jetzt hänge ich. Dann geh mal unten vor mir. Na gut. Ja. 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 Was ist los? Wie ist was los? Ja, ich hab mal heute. Oh, hier. Ich hab jetzt mal eine Fimte und meine... Mal zubehalten. Ey, ich werd mal kurz abholen hier. Ja, hier ist jetzt voll jetzt irgendwie, Digga. Ich hab den richtigen Mob. Ja, ich bräuchte mal Dagger noch. Ja, jetzt kommt das Gide noch. Ne, ich spore nochmal komplett. Ja, noch 10.000 haben wir's. Aufschluss. Die MP5. Ja, wir haben noch schneller nachladen. Ähm, ich hab die München. Ah, die sich hätte mal eine Muni holen können, wenn der ÖVF hier was drin ist. Oh, die MP5 hat auch vier Nutzschuss. Kann man sich hier vorne Muni holen. Jaguar äh so dieser hässliche dicker das ist scheiße ich verliere ich einen Haufen Punkte wenn ihr stirbt so kein umringen bitte ich würde gerne mal nach oben ach so warte warte ah hier ist die kiste auf jeden fall schneller machen ich habe immer noch drei wachen ja 10.000 auch jetzt versucht man nicht nur das kinder dauernd geht dann steckt man wenn man der runde schaffen echt so schlimm hat er jetzt besser oder was dann muss ich da so nah ran gehen dann mein michael okay dies ist ja verrückt das jetzt ist okay drei wachen das ist ja nice Ich bin jetzt mal wieder dabei. Ich bin jetzt mal wieder dabei. Wollen die da auch mal schön. Ja, da wär's echt gut, ja. Ich hab vielleicht keinen Schuss mehr. Die 10 und nicht die Granaten, wenn ich die da rüber flanke, ne? Ja, du musst halt doch treffen, ne? Oh, fuck. Oh, Ziggy. Oh, da muss ich ja nie. Hinter dir, hinter dir. Bella Bulls. Oh, ne, ich pimp' gerade. Ziggy. Jetzt krieg ich meine 5. Waffe nicht mehr, oder was? Oh, ich habe mich nicht mehr. Hat noch? Ja. Oh, bole. Ja, ich bin der, ich bin der. Doppelkunden. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. oh meine scheiß double points nicht weg gehen 43 schuhe wenn Raider die Runde weiter läuft dann kann ich da noch mal rin halten ich hab hier meinen eigenen crash und hinter den hundautomat das ist der hammer was hier alles rauskommt ich will immer vorne rin halten aber ich komm nicht jetzt hinweil endlich 1000 noch wenn ich traiter bei euch ich halte mal kurz rin ja ich denke wir müssen alle bestimmt da hoch gehen zum zog das wird ja doch das wird der hat man schoben ach so ja das kann aber hat man schon bei einer karte das wäre schlecht alter nein ich muss schneller wieder übernehmen und umgeholt ach so guck wie bei wer er habe ich jetzt 5000 verloren weil der gestorben ist das ist ein witz netter er ist doch scheiße nö ach man ey kacke nein 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 schau ach nö ey ist doch scheiße ich hab aber kein quick mewive dich alter oh ne das ist jetzt scheiße oh ne das ist jetzt scheiße ich muss überleben jetzt mal dann soll ich denn das mal jetzt kommen da noch welche ich seh nix ich seh nix kann ich nicht gucken kann ich dich wie ah nö ah nö ey war noch mal 2000 weg ja das wird doch jetzt ja das problem ist ihr habt du ist nix ich hab keine muni mehr ich hab alles leer rotz oh man oh man ach du scheiße ach du ach du scheiße das wird nicht Spaß ey 36.000 ich hatte ich hatte ich hatte schon ich hatte schon 44 ich hatte schon 44.000 alter der kann euch binden ey versucht jetzt echt mal nicht zu sterben ich hab keinen jugger das ist hier nicht so einfach wie bei dir da hinten ja bei dir ist es so einfach ja soll ich da soll ich versuchen da zu laufen das ach aber ich kann die töten mit in den nice ah warum rennst denn du hoch soll ich sogar holen oh ey ey dicker wird der Hörner schäuble der kann mann ach scheiße ne das war jetzt aber nicht überlegt oh kümel ist ja ich töte jetzt auch keinen mehr ja jetzt jetzt war es das nicht so ja genau versuch die zu trailen kommst du mir rüber und training day oh ich rutsche oioioioioioi nicht schlagen kinders nicht schlagen nicht schlagen aber ich kann nicht die die irgendwie abnehmen hat er probieren das mal ja komm hierin komm hierin er wird hier lang wird rein wir warte 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 ja so machen wir das dass sich auch mal sie droppt headshot mit schumier schade er noch müsst ihr schaffen mit headshot geht müsst ihr alle zu dir kommen aber oh ich hab einen muni dicker ja noch mal muni ja ich komme hier runter scheiß ich komme jetzt lang ja so bin und und gleich ein Wenn man das noch mal so machen wäre gut Alter. Ich kann es nicht anders machen. Ne war echt gut, genau so wollte ich das haben. Ich hab schon mal 43.000 dicker Alter. Hallo? Ich bin mit dem Punktautomat. Ja ja. Hallo? Nein. Einmal. Falls mich einer hört. Ja wir hören dich, aber du hörst uns bestimmt nicht. Hallo, wer bin ich jetzt hier noch? Ja wir hören dich. Was ist denn das jetzt hier? Weißt du. Hallo? Ja wir hören dich. Er hört uns aber nicht. Bis dahin? Es ist wirklich wichtig. Jetzt nicht los. Wenn du Angst hast, was du schützt? Ja wir haben noch... In der ganzen Welt. Auch aufhören. In der ganzen Welt. In der ganzen Welt respuesta. In der ganzen Welt. In der ganzen Welt. In der ganzen Welt. In der ganzen Welt. 45.000 Jaaa Du brauchst du mich hier? Ja, ja, ich hör dich, ich hör dich, ich hör dich Muss ich da probieren soll? Kommt nichts mehr von oben, ne? Nee, da oben Ach, scheiße Ja, wenn ich drin hier nur ne Runde jetzt Komm, muss es fehlen Guck mal schnell, kommen die da recht hoch Ja? Äh Traktvoll ey Ja Und du? Du brauchst die Zuchtwarten oder was? Ach du scheiße Ach nee Kann ich jetzt hier runter rennen, das? Ach du scheiße Alter leck mich am Arsch Ja, der Zucht bestimmt was neu kommen und Ja ist nicht schlimm, ich geh gleich nochmal hoch Was ist denn das hier? Was machst du? Hallo Hallo Ja, der hat seinen Rechner, das ist auch seine Physik für sich, Alter Das wär dir auch so abgehackt wenn ich rede, oder? Das war vorhin bei mir hoch so, ja Echt? Ja gut, da war ich vielleicht nicht nahe noch dran, ja Der Zug ist da, du weißt du das? Ja Ja So bist du Ja, geh nochmal hoch Ja Wenn ich das dir abhaut, wirst du? Hoffentlich nicht Oh nein, der fährt echt Ach du scheiße Oh nein Da auf die Fläche musst du Ah doch Ah Ich spring runter Und ab Ja Oh Bis da ist dir runter Echt Jawohl, Alter Jawohl, Alter Jawohl, Alter Jawohl, Alter Au Was ist... Ich muss hier raus, oder? Ja Ich muss hier raus, oder? Hallo Und jetzt, äh Hier, oder? Da hab ich nichts Was? Oh Alter, ey Ah, cooles Ende Das ist ja mal geil gewesen Richtig geil, Alter Hammer Das gefällt mir Ja, ja Das war ja mal ein richtig cooles Ende Das muss ich nicht Auf jeden, Alter Nice 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 Cool, Alter Das...